ja wohl und damit herzlich willkommen zurück ja wohl ja ja wir müssen los rüber die Brücke ist vermieten geht hoch und getrennt sich ja 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 ich bin ja aktuell dass man hier aber schon wieder so ins geschehen reingeschossen wurde das ist ja der wahnsinn okay okay ich habe genommen ja wir brauchen aber keine Panzerfaust siehst du das geht auch ohne Panzerfaust so zack so siehst du geht doch so wir haben auch keine Panzerfaust mehr was war das denn ach man ja verdammt aber interessant wenn ich auf die Panzerfaust schieße ich krieg nix verdammt die 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 haben wir Hm, aber wie bekämpfen wir die dann jetzt ohne Panzerfaust? Okay, dann auf diese Weise. Ah, noch eine erste Hilfe-Kit. Okay. So. Woah. Kannst du dir nicht noch ein paar Panzerfolge auf den Hieb zaubern? Oh. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Okay, das war diesmal ein sehr kurzes Level. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Komisch, die letzte Folge war auch ungefähr 6 Minuten lang, diese jetzt auch. Ich hoffe, das nächste Level wird mal wieder ein bisschen länger. Dann, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.